Ich habe gesagt, hier sind ganz spezielle Leute eingeladen. Ja genau, also wir haben da zum Beispiel sportliche Menschen, das kündigt auch. Die Franzi, aus Durchschlacht, die Steinheb-Meisterin, aus Durchschlacht, also die Bestin, ganz Durchschlacht. Schnitzel, Driftianowitsch, Schnitzel, Nitznavia, Zawilja, Utschop, Peströjka, Glassenauf, 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 Dirkka, Bierloch. Du darfst doch nicht den ganzen Revisiten essen, sag einmal. Das finde ich aber auch, weil sie ist die ganze Zeit schon mein Brotzeugbrät. Du kriegst sowieso eine Schnitzel. Ja, aber Mann! Na ja, ein Scharf hätten wir auch noch da. Ich weiß gar nicht. Quassai, wo bist du denn? Ein Schlüssel kann ich noch kriegen. Also wenn das noch einmal bei Brea so scheiße ist, dann schneide ich die gleich raus. Ja, also wir müssen uns jetzt wirklich auf den Tee konzentrieren und deswegen bitte, lasst uns bitte weiter drehen. Ein Schlüssel darf ich noch kriegen. Ja, deshalb ist das schon ganz gut hin. Der Bindonmutscher ist auch noch nicht da. Vielleicht flutscht der jetzt gleich besser. Ja, das wäre, das glaube ich. Wir haben noch eine Blüte. Warte, wir haben ihn nicht. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass das Ganze noch besser hinhaut. Wir schauen, Kathi. Wir schauen sie mir ein Drittel aus. Ja, ist schon fertig. Also jetzt ist gerade noch jemand gekommen hoffentlich. Ich muss schnell weiter. Sauermäßig.